Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Uplinkstation aktiviert. Schalten den Rebellen-Uplink ab! Wir haben Ihren Uplink deaktiviert. Das müsste Ihre Bombe aufhalten. Wir haben General Lando Calrissian in der Nähe eurer Position gehofftet. Die Rebellen haben Wibing-Unterstützung angefordert. Wir müssen diese Uplinkstation deaktivieren, um Ihre Bomber zu stoppen. Unfassbar, dass ich dafür bezahlt werde. Jetzt schlägt ein letzter Stimplein. Oh, ihr wollt ein bisschen Spaß, was? Da kommen Sie! Kinderspiel! Tränkt das! Hoi, komm schon! Jetzt geht's auf Trugfühlung! Heute ist Saaltag! Hier werde ich's zeigen! Davon habe ich doch viel mehr! Bleib stehen! Hier zeige ich! Hier kommt der Schmerz! Hier kommt der Schmerz! Die Vögel-Benz kommt aus mir raus! Ich bring den Schmerz! Hier kommt der Schmerz! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Wir haben Skywalker unweit von eurer Position geordnet. Schaltet den Jedi aus. Die Bomber der Rebellen haben unseren Anläufer ins Ziel erpasst. Die Rebellen haben den Uplink aktiviert. Vorrücken und abschalten. Die Schilder des Kampfläufers sind beschädigt. Lasst nicht zu, dass die Rebellen ihn zerstören. Die Schilder des Kampfläufers sind schließlich für die Rebellen. Die Schilder des Kampfläufers sind die Rebellen. Der Kampfläufers sind beschädigt. Die Schilder des Kampfläufers sind die Schilder des Kampfläufers sind sie in der Kampfläufers. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.